Guten, wunderschönen, guten, bonjour gewünscht. Also, ähm, hundschnachtmöllerbflossneidran, ne hundschnachtmöherdran, äh, schweit. Also, ähm, mir hundheilo, äh, dann, ähm, wir schweißnäschön. Dann, äh, dann, äh, kriegerquäste. Mömerlo. An, ah ja, just for info, schalt, 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 schalt mal über 2 Gold. Schon mal Sachen, müsste kaufen. Du hast den dabei gekommen, der Gegnerangriff. Sofort, wenn ein, äh, Freund, Oynaka schlägt, äh, hält bla bla und so weiter. Das ist relativ interessant an der Spalt. Ja, aber lo, mamuldetutten, an, wat hat die Gere von mir? Er beträdet die Rabenfürsthöhle und fürstet den Raben, ja, schweiß, warte das. Dunsch, einstunnsheit. An, ja, äh, 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 äh. Okay, schlafen bis zu bei einer Tuschkette, äh, äh, äh. Ja, Ralle erfüllen, und, äh. Was hab ich meine, soll Ralle erfüllen? Ähm. Äh. Ja. Ja, heute habe ich, äh, äh, cool. Ja, ähm, ja. Weil ich hatte heute schon, äh, 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 äh. Äh, 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 äh die dote killen oder weil die muss die kart schläger killen respektiv noch die arme auf hier wie ist das die spitzen an die nieten oder die schrauben dort zu kreieren muss er danach killen dass sie in fünf und sechs jahre gestorben oh fuck das auch so richtig interessant hier schon mal steig und noch habe ich schon zwei ein koste machen mit mir gehen und kann und was vom schiff muss schlomo normal bewegung ist die ziel und jetzt ist die brauche ich tatsächlich für ein tronk im tempo schwarz maul öl ja wie gesagt man muss die höhle an der riva und dann hast du doch schon gemacht geht relativ fix geht das ja mal kurz auf die Seite geschlossen zu fix geht das ist wirklich ganz ganz schwerer Quasier statt ich habe schon mal auf dem Ding zu löwen und zu quasseln das ist ein extrem schwerer Quasier statt ich will nicht wissen wie das jetzt im Endgame und da wird ein Tisch am Endgame nur nur 1-2 Monate nur ein paar Wochen dann noch aber wir haben unsere Quests hier schau wie süß Pink anzöpfen jaaa das ist ein Warlock der hier ist tatsächlich da ist gestattet äh können wir hier rauf super ahoy das ist gut das ist lol und schmol kann 5 Minuten gebraucht was zu machen rufelmau ne 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 rufelmau ne 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 rufelmau ne 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 grüße mögen eure Reise ist gut nach Besuff dabei rufelmau 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 Mal gucken. Mein wird viel viel. Feuert 2, 8. Und ihm sei schwule schulte wird. Feuert 2, lass mich schlecht. Ja, das sind die schwule. Ich bin homosexueller. Ich könnte noch ein bisschen sagen. Du bist sexistisch. So schnell kriegt ihn die Quest. Dann gucken wir mal, ob man wohl noch mehr kriegt. So, ich finde es cool, wenn man noch ein... Ah, ich habe mir einen Hurtigkeits. Gut, gut, gut. Ich verkaufen die aktuell. Ist gut da. Ähm, okay. Ähm, Moment. So. Okay. Das ist schlecht. Das ist wahrscheinlich nicht. Außer hier geht mal ein bisschen. Das ist ein Kitter. Nein, ich kann das Schulte. Ich habe das Schulte, weil das Schulte... Ähm. Ach. Doppelklick da. Ja, mein Schulte... Leider. 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 Ich trinke mal den Isos da. Genau so. Leider. Ich habe ein bisschen... Also, sie hat ein Sto gehärter. Und bloß das 3% drauf gesetzt. Äh. Für... Für die ganzen Dinge ist es definitiv zu teuer gewesen. Weil... Dann, ähm... So, mal klar. Das ist nicht schlecht. Es geht also. Glässtisch trinken. Weil... Ich frage mich ein bisschen verfeiner. Mit irgendwas. Mit Alkohol. Nein, nein. Ich weiß nicht. Ähm, ja. Was sehr interessant von den... Ähm. Die Becher, die dabei war. Die Trinkfleisch. Die ist relativ interessant. Ja, den... Teil nach so... Was ist es? Grapefruit. Das ist nicht schlecht. Aber... Ja. Geht doch besser. Mir ist wie ganz ganz komisch. Nogisch mal. Ich will nicht so crema schmer. Ja. Das mal. Wie lange kann ich noch nicht besuchen? Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ja. Ihr könnt vielleicht auch auf die Freie, was fährt. Mit 90, ja. Aber... Auh, wa, wa, wa war ISO Style Gatorade gewischt. Das waren die... Die Mcü gewischt, für... Not änige Dring... Isodrinks. W사드 er und ähnige intrinkernas von meinen Isodrink. Yeah! Ja! Und dann ... Hopp! Hopp, yeah! Sie noch mal besoff. Schon das Ding in einer 10 Minuten, äh, in einer, was das jetzt? 3, 4 Minuten gemacht. Ich denke, für ... kommen Sie mal 4 Minuten. Hab wie gesagt, kann ich hier noch spazieren. Schloß, ich bin eigentlich ganz fest, mein ... Dana. Schloß, ich bin ganz fest. Sie sind verdient, sie kann noch. Hm, was? Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hopp. In zwei ... Der soll ist ein Gaststerk. Nee, du hast kein ... Bekosteten mit brieven? Ah ... Ah ... Klamm ist gut stets. Es wird eine Klängemuskulöse, es wird egal, es lohnt sich nicht das Muskulöse. Oh, was ist das? Äh, sammeln die Materialien, die vorher benötigt. Äh, okay. Was brauchen wir als nächstes? Äh, Elite. Es wird gesagt, nur Burgschattenfang aus der Toten. Oh, oh nee. Ah, es wird gesagt, nur diese lässt aus. Oder, oder wie, oder wie heißt der, äh, äh, das Gebiet? Ah, fuck, wie heißt das Gebiet? Das bestimmt nicht, ob du dem Kontinent, also, ob du aus dem Kalindorkontinent, äh, das desolest, also du. Ne, Stein-Krallengebirge, Stein-Krallengebirge. Also, es sieht nur Stein-Krallengebirge aus, dass du kannst. Stein-Krallengebirge zwölf zu machen. Also, gebt euch das Schild, müsst beide Geheimnisse aus einer Panzerrüstung herstellen. Nicht leicht zu vorn, rarer Materialien. Aber bereits Kleinstarbeit, fertige Teile. Ist Gott, eure Herausforderungen wächst, äh, Liste zu bekommen. Okay, wie heißt dann die Quest, du Feuerpanzer? Okay, äh, wir gehen die, wir gehen einfach nur mal hier. Mal gucken, mal ein Keier. Ähm, Feuer... ...ge... ...härteter Panzer, du hast gedacht. Ja, wir werden Klassik. Ja, wir werden Klassik. Ja, wir werden Klassik. Ja, ähm, doch, doch, doch. Okay, ähm, ich geh mal noch keine weiter Info. Ich geh mal ganz stark aus, dass das tatsächlich dann die Quest. Ja, schlägt Anleitung rot. Also. Ähm, gesankte Spinnere. Höhlt in der Nähe des Alginatfeldens nahe, die Ochte lebende Spinnere. Ähm, das Kifte... Fangzähne... Substanz. Ähm. Versenkte Hörner... Äh, lebende Schimeren... ...Sleinkrallengebirge. Jopp. Aus der... ähm... Ähm, das ist da, das ist da. Hörner... ...geintrüstung... Äh, braucht Hörner verdienen, ihr bekommt in seltenen... in der verbranntem Tal genau, was ich auch noch gemeint tun ähm es ist jetzt so, dass mein Chalfang gibt oder Schniederheiß genug 4 oder 2 ähm wird bei Kampf gegen auch ach wirklich ach das sind ok, da tut sie nur Dungeon Quests da tut dann dort sind Dungeon Quests ja Dungeon Quests die nutt nicht gerne Dungeon Quests ja, die wird ja ähm lohnt nicht machen das tut mir da dann gehen wir mal anfang setzen jup, was können wir dafür kreien, das ist immer laut froh wenn wir die Quests machen sendet noch einen sendet noch eine hm ne hier fliege gewisse Werte weiterführende Quests davon nur aus äh Fortschritt äh Abschluss der Quest englische Screenshots äh ja wie gesagt da äh muss ich dann ähm ja mal mal gucken mal was was wir hier noch rauskriegen das sieht man ja und dann äh äh gebe ich so ein halt mal 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 ab ich weiß dass ich tatsächlich äh äh ja da kann bisschen nervig sein muss auch trotzdem mit dir laufen äh äh nochmal ein regulärer follow ja no fucking idea jo da gebe ich so in der Wernerzeit ich hoffe natürlich euch aber ein bisschen Spaß gemacht ich bin schon ein bisschen enttäuscht der tut dann weiter aber ja dann ähm tschüssikowski auch von mir in wundervoller schönen tschüss tschüss